So Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich stelle euch jetzt einen neuen Kanal vor. Was heißt denn neu? Es sind meistens ältere Kanäle, aber neu in dem Bezug, damit ich sie jetzt vorstelle. Ich kenne den Kanal noch nicht. Ich habe ihn jetzt schon abonniert. Er hatte 103 Abonnenten und dank mir hat er 104. Rata TV nennt er sich. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz auf die Kanalinfo und schauen uns mal die Kanalbeschreibung und das Ganze auf dem Kanal an. Beitritte war am 23.03.2016. Für das, wo du am 23.03. beigetreten bist, bist du schon gut dabei mit deinen über 100 Abonnenten. 2344 Aufrufe. Willkommen auf dem Kanal von Rata TV als Beschreibung. Schlichtweg und einfach. Das finde ich auch recht gut, denn man muss ja nicht immer, wie ich, so eine fette Beschreibung machen. Resident Evil hast du. Black Ops 3 und dann nochmal Black Ops 3 als Gameplay. Und jetzt schauen wir uns mal an. Deine größte Beliebtheit ist dieser Moment. BO3 und dann hat sie eine Verlosung und GTA Videos hast du auch schon gemacht. FIFA Gameplay. Ja, wenn ihr gerne verschiedene Games zockt oder so, könnt ihr mal gerne da vorbeischauen. Es spielt FIFA, Grand Theft Auto, also GTA, Resident Evil und Black Ops 3. Checkt einfach mal seinen Kanal ab. Link dazu ist in der Beschreibung, Leute. Und wenn ihr beim nächsten Mal auch dabei sein wollt, bei der nächsten Kanalvorstellung, schreibt einen Kommentar oder so. Oder entlasst einen Kommentar. Und ja, das war natürlich jetzt Rata TV. Einfaches Profilbild, einfaches Zielbild. Aber was heißt denn einfach? Man kann es lesen. Es ist Traps an dem gut aufgemacht. Ich wünsche euch weiterhin einen tollen und guten Start auf YouTube. Ciao, peace and out.